Taylor aus Großbritannien, hier in der Finish Area, Jessalyn Taylor von Breakdleton, da ist ihr immer noch, gut bitte, na, tut doch schön, tut doch schön. Auf geht's, noch einmal alles geben. Es gab ja auch am letzten Wochenende die britischen Meisterschaften in Telemark 4 in Rauis. Rauis also hosted the British Championship in Telemarking on the last weekend. Und Jessalyn in the Finish with 1.07.48.